Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist BitWalker. Willkommen zu dieser wunderschönen Runde Capture the Flag im Spiel Titanfall. Und es geht auch texttechnisch um Titanfall. Ich habe mir überlegt, was könnte oder was wäre toll beim nächsten Ableger von diesem großartigen Spiel. Ein großartiges Spiel sage ich deshalb dazu, weil es für mich eines der wenigen Games ist, welches Innovationen präsentiert, die es einfach noch nie gegeben hat. Ob man jetzt hier die Wallruns nehmen, ob man die Jetpacks nehmen, ob man die Mischung zwischen Shooter, Botkämpfe und Titans, also Mechs nimmt. Viele Sachen sind da reingeflossen in Titanfall, die man so in der Mischung noch nie gesehen hat. Einzelne Komponenten vielleicht schon, aber das gesamte Paket, nö. Auch wenn das Game an sich nicht next generation unter Anführungszeichen stimmig ist, denn die Grafik ist ja doch eher ein bisschen schwach. Man sieht es nicht hässlich, es schaut nicht schier aus, aber es fehlen einfach wesentliche Effekte, Lichteffekte und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen traurig eher. Und auch die Soundkulisse ist, naja, sagen wir mal, so lala. Trotzdem, der Spielspaß ist einfach riesengroß und die Mischung ist einfach genial. Da kann man es zeigen, was man will. Da können Games, die im Nachfeld gekommen sind, nach Titanfall noch immer nicht mithalten. Und Dresa hat mir mal Gedanken gemacht, naja, das Game ist da, das Game ist gut, aber was könnte im zweiten Teil kommen, Titanfall 2.0? Bis jetzt gibt es nicht immer eine Bestätigung, dass es in Arbeit ist oder dass es geplant ist, aber ich denke, diesen Erfolg werden sie sich nicht nehmen lassen. Respawn Entertainment hat eigentlich recht gut die Arbeit geleistet und ich bin diesbezüglich sehr, sehr gespannt, ob sie sich auf einen zweiten Teil einlassen. Also ich würde es schon glauben. Die Frage ist eben, ja, was erwarten wir uns für Teil 2? Tja, ich habe mich ein bisschen bei Facebook gefragt und mir auch selber Gedanken gemacht und der Markus hat einen recht interessanten Punkt eingebracht. Er wünscht sich eine Story. Eine ordentliche Story. Da könnte ich mir jetzt sagen, für was braucht man das bei einem Multiplayer-Game? Na ja, er hat ein ganz gutes Wort eingebaut für die persönliche Identifizierung. Wir kennen Halo. Halo ist einfach schon eine Geschichte, wo sich die Leute in die Welt reingesaugt fühlen, weil sie einfach das Umfeld kennen. Sie kennen die ganzen Charaktere, sie kennen die Geschichte, sie kennen die Entstehung der Geschichte. Und ich denke, das würde Titanfall auch nicht schaden, wenn man einfach ein bisschen die Multiplayer dann die Wiedererkennung hat vom Singleplayer und dann merkt, ah, das war das und jenes und um dies geht es. Also das würde sicher nicht schaden, hier ein bisschen Zusammenspiel zu finden, damit einfach der Spieler auch ein bisschen sich wirklich fühlt, als wenn er in der Geschichte dabei war und mit dabei ist und entsprechend eben dazugehört. Also das ist sicher ein sehr interessanter Aspekt. Was ich mir noch wünschen würde, ich meine, das ist jetzt nicht so unbedingt relevant für das Gameplay, aber es wäre einfach nett, wenn man zum Beispiel die Soldatenskins ändern könnte. Das Design, das Geschlecht kann man umstellen, man hat aber nur im Prinzip drei Klassen, also drei Personen, die unterschiedlich ausschauen. Aber da würde man wünschen, dass man ein bisschen mehr herumschrauben könnte, dass es ein bisschen individuell ist, das wäre einfach nett und würde vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen, dass man sich selbst im Game wiederfindet. Also den Soldaten entsprechend umzumodellieren und dann auch pro Klasse vielleicht auszuwählen, welchen Skin oder welchen Soldaten mag ich spielen. Das ist hier nach Waffe vorgegeben im aktuellen Titanfall, aber es wäre glaube ich auch nicht, wenn man das einfach frei auswählen kann. Die Waffenauswahl ist auch so eine Sache, und auf der anderen Seite brauche ich wirklich so viele verschiedene Waffen. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ein bisschen mehr Auswahl wäre vielleicht schon nett, dass man zum Beispiel in der Sturmgewehrklasse mehrere verschiedene hätte, dann bei der MP verschiedenste hätte und bei der DMR und so weiter. Also es wäre schon nett, es ist nicht unbedingt der Must-have, aber es wäre einfach toll und wenn auch vielleicht ein bisschen mehr Kombinationen möglich wären, von Zubehör, ja ein bisschen, da ein bisschen, es fehlt mir da ein bisschen, wie soll man sagen, die Liebe zum Detail. Ja, da könnte ruhig ein bisschen mehr sein, also da wäre es sicher auch ganz eine gute Sache, wenn sie ein bisschen reinschrauben würden und vielleicht ein bisschen weiterarbeiten würden. Ein ganz großes Ding, was ich gewaltig finden würde, wäre, wenn man den Titan ein bisschen modifizieren kann. Also wenn ich den Titan vielleicht aus verschiedenen Komponenten zusammenstellen kann, also so sage, okay, ich will jetzt Füße zum Gehen oder ich will ein Kettenfahrwerk haben, dann ist er zum Beispiel schneller, aber vielleicht nicht ganz so wendig oder was, kann vielleicht in irgendwelchen Gebieten nicht hinfahren und so. Dafür zum Beispiel das Ogre, wie soll es ein Oberkörper von Ogre mit Kettenantrieb und so weiter. Also da ein bisschen herumschrauben, dass man verschiedene Vorteile, Nachteile anpassen kann. Ja, dass ich einfach noch mal ein Spielgefühl sagen kann, schaue ich mir jetzt ein bisschen für Capture the Flag, zum Beispiel einen schnellen, was jetzt im Prinzip der Strider ist, aber eben vielleicht mit Kettenantrieb und sonstigen, also da ein bisschen, zum Beispiel ein Spinnentiton zum Beispiel, der vielleicht irgendwo ganz steil raufklettern kann, der so langsam ist. Also da wäre es einfach auch eine coole Sache, glaube ich, für die Leute, für die Spieler da ein bisschen herumzuschrauben. Ja, so eine Art Titan-Werkstatt, wo man dann vielleicht auch die Lackierung ändern kann, die Art Tarnlackierung, so wie wir es bei Battlefield vielleicht haben, dass man verschiedene Lackierungen hat. Also von dem, was wir jetzt schon haben, hat ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Liebe zum Detail, ein bisschen feiner, das wäre wirklich eine tolle Sache, wenn man da entsprechend ein bisschen rumwirken könnte. Das wäre für mich schon, ich würde sagen, das sind alles so Sachen, die wären nett, aber ich glaube, das wäre genau das Bild für das nächste Titanfall. eine für mich immer wichtige Sache, und das habt ihr immer wieder rausgehört bei meinen Gameplays oder bei meinen, ja, mit der Jammer oder Schimpf über ein Game, ist der Sound. Der Sound ist für mich ganz etwas eklatantes. Ihr kennt das, jeden Film, den man im Kino anschaut, da ist es wichtig, dass es ein genialer Hintergrundsound ist, der einfach die Stimmung anpasst. Ihr kennt das von Halo, das hat für mich eine Menümusik, da kriege ich mir Gänsehaut. Und, ja, auch Titanfalloutmusik, aber die ist für mich ein bisschen zu, ja, zu flach. Aber es geht nicht nur um Musik, sondern es geht um die Sounds allgemein. Also, ich erwarte mir bei gewissen Sachen ein bisschen mehr Wumms noch vielleicht, ja, Granaten sollen sich satt anhören, sie sollen sich vielleicht ein bisschen unterschiedlich anhören, je nachdem, wo ich gerade bin. Ein bisschen realistischeren Klang vielleicht, also da könnte man auch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, vielleicht, um ein paar verschiedene Sounds aufzunehmen. eben auch unterschiedlich. Also es würde mir einfach gefallen, wenn nicht immer alles gleich ist, ja, wenn sich jede Granate gleich anhört. Es sollte ein bisschen Abwechslung bieten bei den ganzen Sachen. Aber das ist zum Beispiel auch was mit dieser Introsequenz, wenn wir jetzt mit einem Schiff irgendwo zum Bestimmungsort fliegen, ist es immer gleich, dieser kleine Roboter steht da, da hätte ich uns, dass wir rausspringen können, man springt raus, ja. Und auch der Schluss, jedes Mal hin, Raumschiff und ab. Also da wäre es auch toll, wenn diese standardisierten Sachen, die immer wieder kommen, wenn die trotzdem Abwechslung bieten würde. Das beste Beispiel bei Forza zum Beispiel, wenn man startet, dass immer die Sequenz wo man das Auto von außen sieht und dann schaut der eine Typ beim Fenster rein und alle beide Daumen hoch und fertig. Das ist jedes Mal das Gleiche. Also da wäre es schon auch toll, nach meiner Meinung, wenn man da ein bisschen Abwechslung hat, so als 10, 20 Sequenzen geben, das kann nicht das Problem sein, denke ich mir einmal, dass einfach ein bisschen Abwechslung da ist und dass man nicht immer mit dem Raumschiff weg muss, sondern mit irgendwas anderem, dass man irgendwo hin muss, irgendwo rein und da ein bisschen Abwechslung bieten, die nicht vorhersehbar ist. Also das ist immer ein bisschen für Überraschung sorgen, das wäre eine tolle Sache. Wir haben eine einzige Flagge, bring Sie nach Hause! Unsere Flagge ist weg! Wir halten jetzt in 60 Sekunden bereit! Ja, das Nonplusulta wäre sicher auch ein bisschen Zerstörbarkeit, ich rede jetzt nicht hier von Zerstörbarkeit wie Battlefield, aber doch ein bisschen was machen, dass man ein bisschen was machen kann bei Wände oder irgendwas, wo man Löcher reinschießen kann, dass man einfach Deckungen wegschießen kann. Da ist Titanfall schon sehr starr und absolut unrealistisch. Ich weiß schon, es gehört zum Spiel irgendwie dazu, auf der anderen Seite wäre es einfach nett, es wäre einfach nett, wenn die ganze Welt, die ganze Umgebung ein bisschen interaktiver ist, wenn es ein bisschen mehr gibt, dass man das nutzen kann, Geschütztürme, ja, weiß der Guckuck was, also ein bisschen mehr Dinge, die einfach dazu beitragen, dass es ein bisschen, ja, sie auch wohliger anfühlt. Ein Ding, was mich auch immer wieder stellt, ist die Killcam, bei der Killcam, da sieht man das selbe Problem, was bei Call of Duty früher gegeben hat, wenn zum Beispiel es der Gegner schießt und bewegt sich nach links, die Kugeln fliegen aber trotzdem so nach rechts in meine Richtung, ja, also da wünsche ich mir einfach, dass es ein bisschen sauberer ausgearbeitet wird, die ganzen Animationen, die sollten schöner werden, realistischer und unterschiedlicher, das Nachladen ist immer genau gleich, wenn er läuft, ist immer alles genau gleich, also da wünsche ich mir einfach ein bisschen abwechseln, dass man einfach merkt, ja, es ist halt nicht immer gleich, je nach vielleicht Unterschiede, je nach Waffe, je nach Klasse, die man hat, also, dass man da merkt, okay, ich spiele jetzt wirklich einen anderen Soldaten, ich spiele wirklich eine andere Waffe, das wirkt für mich immer alles so, ja, so ein bisschen gleich, ein bisschen langweilig, es tut es dem Spielfluss nichts bei, es ist nicht schlechter zum Spielen oder besser zum Spielen, es würde ein bisschen, man hat vielleicht länger das Gefühl, etwas Neues zu haben, das wäre vielleicht eine gute Sache. Natürlich ist das Problem, wem soll man fragen, was man will, es hat, ich habe ja vor kurzem das Buch von Steve Jobs, oder die Biografie über ihn, fertig gelesen, und da wurde Steve interviewt, oder es ist um irgendwas gegangen, um ein neues Gerät, um neue Dinge, oder was sie planen wollen, und da haben wir gleich gesagt, man muss die Kunden fragen, was sie wollen, naja, da hat Steve Jobs gesagt, das ist ein Schwachsinn, ein Kunde weiß ja nicht, was er will, und das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber wenn man überlegt, und das ist auch in diesem Buch dann auch recht gut erklärt worden, zu Zeiten, wo man noch mit Pferdekutschen unterwegs ist, ja, Kutsche, Pferdfahrt dabei, wenn der Henry Ford damals einen Kutscher gefragt hätte, was er sich wünscht, dann hätte der gesagt, ein schnelleres Pferd, ja, Henry Ford hat einen Motor gebaut, also komplett was anderes, was keiner gewusst hat, dass es das gibt, dann war es da, und, ja, brauchen wir nichts reden, Motoren, sondern es gang und gäbe, und genauso ist es auch bei der Ideensammlung für ein Game, ich glaube, es ist nicht das Ziel, Leute zu fragen, was sie sich wünschen, also so wie ich das jetzt aufgelistet habe, da ist im Prinzip auch nichts Neues dabei, und das ist eben die Kunst, glaube ich, von einem Spieleentwickler, da eine Idee zu haben, die es noch nicht gegeben hat, Titanfall hat es ansatzweise geschafft, bloß wir sicher haben es diese Wallruns und diese Jumps auch schon irgendwo gegeben, aber zumindest haben sie es mal zusammengefügt, diese Ideen, aber ich denke, dabei ist auch ganz wichtig, wenn ihr Ideen habt, zum Beispiel, das in die Kommentare reinzuschreiben, vielleicht habt ihr eine Geniale, die das sagt, hey, schau, sowas hat es noch nie gegeben, das wäre aber doch eine geile Sache, ja, vielleicht kann man, muss man schauen, vielleicht kann man das Video nachher weiterleiten, dann will es bauen, vielleicht habt ihr jemanden Kontakt, da werden wir mal schauen, ob der Marcel von InsideXbox.de vielleicht da was machen kann, aber es wäre einfach nett, da Ideen zusammenzusammeln und denen weiterzuleiten, ich glaube nämlich nach wie vor schon, dass Entwickler sich schon Gedanken machen, was sie gerade so für Ideen haben und vielleicht entstehen ja aus diversen kleinen Ideen, die in Einzelnen vielleicht nichts Neues sind, aber wenn du die Ideen durchschaust und die zusammenfügst, aus diesen kleinen Teilen, aus diesen Putzelteilen entsteht dann was Größeres und sagt, schau, die Idee, die Idee, die Idee, die Idee, die Idee, ja, jede einzelne Idee ist so, boah, ja, gibt's schon, aber schau, da kommen wir jetzt auf irgendwas und das kann ich mir schon vorstellen, dass da was kommt und Titanfall 2 ist, glaube ich, in einer guten Situation, einen guten zweiten Teil zu bringen, weil wenn ich so erfolgreich ist auf einer neuen Konsole mit ein bisschen einer älteren Technik, dann muss neue Technik erst eine mega geile Sache sein und da bin ich wirklich gespannt drauf, also ich hoffe, dass Titanfall 2 ein Thema ist, ich hoffe, dass Titanfall 2 entwickelt wird und auch kommen wird und ich hoffe, dass es uns dann weghauen wird, also wirklich sagen, schaut, der erste Versuch von uns, von Respawn Entertainment war gut und jetzt präsentieren wir, was wir wirklich können, das wäre eine tolle Sache, ich bin schon gespannt, was ihr dazu sagt, welche Ideen ihr habt, wie ihr das Ganze findet, ob ihr vielleicht sagt, hey, Bitwalker, quatsch, wir sind einen Stuss oder ihr sagt, ciao, das wäre eine geile Sache, schauen wir mal, was kommt. Das war es jetzt von meiner Seite, ich sage immer, danke fürs Zuschauen, hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, tschüss, ciao, euer Bitwalker. Ich vermice dich, wir sehen uns gleich noch, und da die Zahl. Wir sehen uns, und wenn ihr mit den Ehren fragt, dann geht das, und dann wird es zu lassen. Dann kommt ihr, es wird es nach dem Ehren und wenn ich das, wird es nicht ändern, oder? Ich habe es nicht. Ich habe es nachgefahren, aber es ist, Untertitelung des ZDF, 2020